Flatto macht n'killer? Joa Joa, fehlt ja noch heute, ne? Der traut sich was. Genrush, oder was? Joa, machen Genrush jetzt. Das hat eigentlich der Schlüssel. Kannst du Luca aufmachen? Kann ich das so aufmachen, oder nicht? Ne, also gehe ich so auf. Ja, wenn der Ausgang auf ist, oder du der letzte Erlebnis bist, dann geht die automatisch auf, ja. Und dann auf? Wenn sie erschienen ist, dann ist sie einfach nur da. Dann ist sie ja noch zu. Dann kannst du damit aufschließen. Wann erscheint die denn? Also, für die Anzahl der Überlebenden plus eins an Genrushoren gemacht hast, so rum. Also wenn du bei vier Leuten fünf Genrushoren gemacht hast, dann erscheint die. Kann ich auch zum Ausgang gehen, oder? Wie bitte? Dann kann ich aber auch zum Ausgang gehen. Ja, wenn du aber zu zweit, also sagen wir jetzt mal Lensenkill 2, ja, und die sind nur noch zu zweit, dann müssen wir mindestens drei Genrushoren gemacht haben, wenn sie erscheint. Und mit drei Genrushoren machst du die ausgängig aus. Ja. Okay, weil ich gerade schon Schlüssel hatte vorhin. Ja. Aber es gibt unterschiedliche, ne? Es gibt auch Schlüssel, mit denen kannst du das Ding trotzdem nicht aufmachen. Ja. Fast aber mit den anderen eigentlich. Ich glaube, das sind verschiedene, ne? Ja, ja. Man kann so Sachen anhängen. An den, ähm, also der grüne Schlüssel ist, hat quasi, äh, kann die Luke nicht aufschließen, aber mit einem Addon kriegt man das auf. Und alles, was über grün ist, also violett und rot, oder was ist das? Rosa oder warte mal. Ähm, damit geht die, äh, Luke ohne Addon auch auf. Also ich hab den, weil ich den, ja, den Hauptschuss hab, den roten und den lilan. Also klar, den haben wir natürlich alle. Ja, den du jetzt mit hast, meinst du? Ne, noch hab ich keinen mit, aber den könnten wir mal mitnehmen, ne? Ne, ich auch, klar. Aber brauchen wir ja nicht, ne? Sicher ist nicht sinnvoll zu sein, wenn wir eine Werkzeugkiste. Ja, kommt auch an. Ach, ich glaub ich ne, ein paar Knaller mit. Ja, da hab ich Angst. Die, ja, auch die Werkzeugkiste, festliche Werkzeugkiste. Hier gibt's ja, festliche Werkzeugkiste. Ähm, das Problem ist, bei Feecheck, wenn du es nicht schaffst, gibt's einen riesen Feuerweg. Also Lendenz, wenn wir haben drei Perks pro Keller und dann ein extra noch irgendwie irgendwas anderes dazunehmen. Ja, ja, hab ich schon durch. Sehr gut. Was heißt das, wenn hier steht, fügt zwölf Einheiten zur Werkzeugkiste hinzu? Weißt du, also? Hält länger ja durch dann. Ach so. Ist nicht so schnell verbraucht. Ach so, ey, du bist immer mehr, wie heißt der? Brauchen wir Glück, ja, ne? Jede Menge Glück. Du gehst immer. Na, das funktioniert also super bei dir. Eben. Ich wäre froh, wenn ich noch einmal Glück im Leben hätte. Hat eine Frau nicht gehört, ne? Ne. Hahaha. Es sei denn, sie guckt in Süden, aber... Ja, das glaub ich nicht. Necker worden. Was fragst du da? Lendenz? Und du? Oh, ich bin im Sprithimmel. Oh Gott. Gibt es hier was? Einen Token? Ja. Kannst du euch Markus für mich sagen? Ja. Ich höre eine Kettensäge. Eine Kettensäge? Ja. Ähm. Ich fange mal zu. Ah, ich fange mal zu. Das ist ein Token. Das ist eigentlich nur ein Token. Aber die Kettensäge, die Kettensäge ist einfach nicht. Ich fange mal zu tun. Fange, ich fange mal zu. Ich fange mal zu. Oh Gott, jetzt ist es spät. Direkt, du Hippie. Du wolltest Lukas jagen, nicht mich. Ja, den, den er sieht, ne? Ach, ich hasse dich. Ey, die sind doch alle noch hammerweit weg verteilt, ey. Er geht weg, 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 er geht genau da hin. Wieso hört man dich nicht? Kein Terroradus hier? Ja, das hatte Max vorhin auch, ich weiß nicht, was das ist. Welches Perk? Jungs, ihr müsstet da wegkommen, also ihr müsstet zu uns kommen langsam. Ja. Er hängt da jetzt fest und war alles gut. Wir auch. Wo ist er, Lukas? Er ist bei mir hier. Bei Markus, am Ausgang jetzt, am Ausgangstor, also vor mir genau. Ja. Vor mir, vor mir, vor mir, am LKW, am LKW. Ich sehe ihn nicht mehr. Jetzt sehe ich ihn auch nicht mehr, irgendwo am LKW. Okay. Okay. Jetzt sehe ich ihn wieder, Richtung Garage oder Werkstatt da hinten. Mhm. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Doch, wieder Werkstatt. Okay. Ich sehe ihn nicht mehr. Machst du Lukas? Naja, schon. Ah Gott. Ich weiß auch. Konzentrier dich. Setz die Brille auf. Biss auf. Spass über. So. Seht ihr den da? Ja. Auf dem Weg zu dem Generator, den ich gemacht habe. Mhm. Ich glaube, er ist noch da hinten. Rato, er ist auf jeden Fall gerade ganz knapp an mir vorbeigelaufen, Alter. Er war fit. Verdammt. Halt er dich? Ne, hier. Machst du schon wieder. Da ging es nicht weiter. Ja. Na, der hat Max noch nicht ganz. Ja, ja. Ja, okay. Geh weg, Levi. Immer noch? Ja. Da liegst du nieder. Da liegst du nieder. Machst du dich jetzt schon mal hin? Nö. Was? Oh, Mann. Nice. 344. Der ist links von dir. Lauf der Richtung der großen Hütte und weiter links Richtung dieses komischen Gas-Zeichen. Er ist bei mir. Okay. Heftig ihn. Am Ausgang. Mhm. Mhm. Du hast gedacht, wa? Mhm. Mhm. Ja, der Gedächt, der Gedächt, der Gedächt, der Gedächt. Akkus kommt zum Ausgang. Zu welchem? Er hat mich gescheiße... Oh, Kurva... Alter, das war so knurr, die Sauburgel. Ich hab schon gekämpft die ganze Zeit. Ich bräuchte so langsam, um sich helfen, weil ich muss kämpfen gleich. Ja, er kämpft bei mir, wieso? Okay. Ich weiß auch nicht, wo wo der Ausgang ist. Wahrscheinlich da, wo ihr alle steht, oder? Komm, lass mir nach. Ich weiß nicht, wo du bist, ich seh dich nicht mehr. Nee, lass mal. Ich kann mich selbst halten, sonst. Okay, aber danke. Geht aber schneller, wenn du euch das machst. Er kommt zu euch. Andere Ausgang ist auch auf, ne? Nur so, als Info. Und durch. Ey. Ist das mies. Nee, kann man nicht machen. Oh, Gänse, gell? Oh, Gänse, gell? Fuck, geht er nix so. Warum? Nimm noch die andere, nimm noch die Milch, du Kartoffel. Ich wollte dir noch helfen, weil ich bin jetzt der Doof, der stirbt. Und weg. Er kommt, er kommt! Ah! Shit! Ja, Kenting ist gefährlich. Ja. Ja, sollte ich ihn liegen lassen, wie auch immer der Lack. Ähm, ja. Lukas, Lukas Lack, ja? Ja. Nein, den will ich nicht. Wie gefällt dir der? Ist der gut, ist der schlecht? Du bist gar nicht so verkehrt, weil der relativ ähnlich ist, so schlimm. Hm. Ah, okay, Tinker, das ist das, alles klar. Also, wenn du an einem Generator sitzt, der dann über 70% fertig ist, dann hat er keinen Terrorismus mehr. Oder du hörst dann keinen mehr. Deswegen hatte er vorhin keinen, deswegen hatte Max vorhin auch keinen. Das erklärt einiges. Alles klar. Ja. Gerne geschehen, Lukas, du böde Kuh. Kannst du uns das nicht mehr danken? Nee, warum auch? Ja. Du bist tot, bringt ja nichts mehr. Alter, der fickt dich, ernsthaft? Ist das ein Wichser, also? Was willst du dagegen tun, Markus? Willst du uns alle töten jetzt, oder jetzt? Bis zum nächsten Mal von herein? Betty, bitte.